Stifte raus, Test. Und zwar HSP, hochsensible Person. An Tagen, an denen viel los ist, Frage 3, beobachte ich an mir das Bedürfnis, mich zurückzuziehen? Unter der Decke ist mein Safe Space, Rückzug ist eh komplett mein Ding. Also ja, hier gibt es ein Jammern, was ich die ganze Zeit denke und fühle. Ich glaube, ich fühle zu viel. Ein Ja, sehr von mir gibt es an dieser Stelle. Hatten wir das nicht eben schon? Oh, das ist bestimmt so ein Test im Sinne von, lügen Sie? Sie haben die Frage schon ganz am Anfang beantwortet. Ist die Antwort immer noch die richtige? Ah, schwierig zu beantworten. Könnt ihr mir schnell sagen, was meine Antwort war? Frage 26. Ich träume oft bunt und intensiv. Immer. Ich wusste gar nicht, dass es die Möglichkeit gibt, in Schwarz-Weiß zu träumen. Ist das normal? Haben Sie sich heute schon gesagt, dass Sie sich lieb haben? Das waren 29 von 29 Fragen, die ich so ehrlich wie es geht beantwortet habe. Wir gucken uns mal die Auswertung.